Episode Irgendwas. Jetzt ist mir beim Film vom Autopiloten gerade aufgefallen, als ich die Pedale gefilmt habe, dass da was fehlt. Und zwar sind es die Matten, die ich bei Tesla noch zusätzlich gekauft habe, die gar nicht so günstig sind. Die habe ich gestern beim Autowaschen da liegen lassen abends gegen sieben. Da fahren wir mal hin und gucken, ob sie noch da sind. Ich hoffe ganz, ganz doll auf die Schweiz und die Schweizer, dass ich sie noch bekomme. Ich liebe die Schweiz. Ich liebe die Schweiz. Hier sind sie. Gerade abgeholt. Gestern Abend liegen lassen. Ein Mitarbeiter hat es mitgenommen. Daumen nach oben für Autopä. Ich bin über ihm geflogen. Nein. Ein Dritter, was? Tesla ist natürlich berühmt für Entertainment. Ich bin weg und schon ist das Auto hier beschlagnahmt von den Kindern, die sich damit vergnügen und Beachbarke spielen oder Netflix schauen.